Er trat sehr bescheiden auf, aber seine geistigen Ansprüche waren alles andere als bescheiden. Warum schreibe ich? Um zu schreiben, um die Welt zu ertragen, um standzuhalten sich selbst, um am Leben zu bleiben. Tag, Tag, Tag. Und dann wieder ausgemacht und wieder neu und dann wieder ausgemacht und wieder neu. Man möchte gehört werden. Man möchte nicht so sehr gefallen, als wissen, wer man ist. Unsere Lehrer fanden ihn grauenhaft. I felt humanly close to fresh. I knew that he did not share a point of view. Ich gestehe, eine Verantwortung des Schriftstellers gegenüber der Gesellschaft war nicht vorgesehen. Einige mögen sie rundweg ablehnen, anderen gelingt das nicht. Während er in Deutschland, jedenfalls von mir, als jemand wahrgenommen wurde, dem man auch nacheifern konnte. Hat die Schweiz irgendein Ziel in die Zukunft hinaus? Was wollen sie aus ihrem Land gestalten? Was soll entstehen aus dem Gewesenen? Was ist ihr Entwurf? Da haben wir alle geglaubt, jetzt machen wir es. Eine neue Schweiz. Man gibt sich preis, um einen Anfang zu machen. Man bekennt, hier stehe ich und weiss nicht weiter. Und all dies ungefragt. Das ist ein Teil der Szene, das ist ein Teil der Szene. Ja, ich darf nicht. Aber ich darf nicht. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht.